Jetzt komm! Ja, wir werden morgen auch nicht spieler sein, schau es. Alle Profis haben jetzt ja das spezielle Punkt, da ist ja gar nicht mehr da, von 8 Jahren. Jetzt ist es an, um die Ruhm- und Schwangler zu passen, in der Oller-Gespanie. Wenn die Kleiner von Sehren sind, ist es verfallen. Dann sind wir ja schon mit dem Leben. Wir haben hier irgendwie so ein guter Energie zu haben und die kleine Kinder. Die Kunden, einen alten Kunden, der ist mehr. Dann haben wir auch noch bei mir an, das ist der erste Punkt. Und wird sofort wieder hart. Die kriegen wir auf den Spielordner, geben wir auf die Funktion hier. Die geben die dann wieder zurück zur Spielerband und dann kommen die wieder auf die offiziellen Spielfunktionen. Und da ist auch noch ein Aufbruch drauf, wenn die kann auf die Ehe oder was. Irgendwie gleich alles. Und bei uns schnallen die ja relativ häufig so drüber. Am Anfang habe ich einmal beim Spiel, habe ich sie mit dem Ordner, komm her, komm her, komm her, komm her. Da kannst du mir den Punkt geben. Das ist nicht so möglich, das ist extrem wichtig. Der Punkt ist ja, der hat ja genommen und vergeben. Der hat sich ja hierher an, da kannst du dir wenn ich jetzt das zurückgekommen. Der hat den Fede vorgelabert, ich weiß nicht, ich muss auch nicht. Der Fede hat mich vorgelabert, weil ich Fede an dem Macher, wir haben hier am Fahrrad, diese Scheiß fährt und fanden was her. Der Fede, die wäre, soll sich das verpissen oder weiter süß oder so. Dann fanden wir auch noch an und der Fede wurde voll gelabert. Und dann habe ich mich mitgekommen und so. Ich bin so, ah, das ist so gut verdammt. Dann mache ich die Becker und treibst du irgendwie so. Wir haben ein Bett einhergebrochen, aber irgendwie gekochen. Sonst wäre ich jetzt an sich keinem verboten. Das hätte ich mit rausgeblieben. Kein rausgeblieben, das ist ja scheiße so. Meine Armut trifft man. Arsch! Der ist ohne Sie. Der ist ohne Sie. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.